Was geht ab, liebe Kanschmann-Freundinnen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Es gibt sehr, sehr interessante News, die mich persönlich echt geschockt haben beim Lesen. Und ja, die Zahlen der UFC 274 sind draußen, die Pay-Per-View-Zahlen wurden veröffentlicht von ESPN, dem Anbieter, der die Pay-Per-Views in diesem Sinne ja verkauft und überträgt. Und wir bekommen selten solche Zahlen veröffentlicht, sage ich euch ganz ehrlich. Denn diese Zahlen werden von der UFC meistens geheim gehalten, wenn die Events nicht so gut laufen oder auch weniger gut, als man sich vorstellt und und und. Und ja, jetzt hat das Sports Business Journal berichtet, dass die Veranstaltung am vergangenen Samstag mehr als 400.000 Pay-Per-View-Käufe erzielt hat. Ja, und wenn man das natürlich mit den großen Fights vergleicht, McGregor, Nate Diaz, die Khabib-Fights auch 700.000 gemacht, dann John Jones macht auch seine 500.000 beispielsweise, Al-Sanya auch seine 700.000, dann ist das gar nicht mal so schlecht für einen Charles Oliwader, der natürlich gar kein Englisch spricht und den Kampf nicht so gut promoten kann. Aber Justin Gaethje war natürlich der Mann, der in den US-amerikanischen Raum die Zahlen verkauft hat. Ja, Charles Oliwader ist natürlich ein Fighter, den will man kämpfen sehen, ist auch interessant. Ich denke, der hat auch viele Fans in den USA, aber ist jetzt keine Pay-Per-View-Maschine. Das heißt aber, dass ein Kampf gegen Conor McGregor deutliche Zahlen erzielen würde. Aber was mich schockiert, was mich wirklich am meisten schockiert, ist, dass die UFC veröffentlicht hat, dass 400.000 Pay-Per-Views dieses Jahr, also das Event jetzt, die UFC 274, das Event mit den meisten Pay-Per-Views war. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie krass ist das bitte? Für die vorangegangenen Pay-Per-Views war es einfach eine ganz, ganz andere Sache, Freunde. In chronologischer Reihenfolge haben wir Frenzen Gano gegen Cyril Garn gesehen, Isra Adesanya gegen Robert Whittaker 2, Jorge Masvidal gegen Kobe Covington. Ein Kampf, der so krass promotet wurde, ein Kampf, den so viele sehen wollten. Und dieser Kampf, Masvidal gegen Covington, hat einfach unter 400.000 Pay-Per-Views erzielt. Ich dachte, der ist safe mit einer Million gefahren oder irgendwie sowas in der Art. Aber Charles Oliwader gegen Justin Gidget hat einfach mehr Pay-Per-Views erzielt. Klar, bei Covington gegen Masvidal war es für viele einfach klar, wie der Kampf ausgehen wird, dass Kobe Covington das Ding gewinnen wird und zwar sehr dominant. Aber trotzdem ist Masvidal ja ein Superstar, auch gegen Usman 2. Gegen Usman 2 kann man ja auch argumentieren, dass alle wussten, wie der Kampf ausgehen wird und der erste war langweilig, trotzdem 700.000 Pay-Per-Views. Covington gegen Masvidal einfach nur unter 400.000, wie krass ist das bitte? Alexander Volkanovski gegen Korean Zombie, muss man nicht drüber reden. Da waren die Pay-Per-Views höchstens durch Hamza Cemaev gemacht. Für Volkanovski geben die meisten auf jeden Fall kein Geld aus. Das liegt aber natürlich auch daran, dass 74 Dollar für die Leute in den USA einfach mega, mega krass sind für ein Pay-Per-View-Event. Ansonsten haben wir natürlich den Vorteil, hier selber den UFC Fight Bus zu kaufen und das Event dann für 25 Euro oder so nochmal zu kaufen oder für 15, je nachdem, wie es läuft. Ja, dann müssen wir mal auch mal in die Kommentare schreiben. Dustin Poirier wird höchstwahrscheinlich als nächstes auch eine ordentliche Rolle spielen. Dustin Poirier gegen Charles Uli Veda hatte damals 500.000 verkauft und Michael Chandler gegen Uli Veda 300.000. Krasse Sache, schreibt mir auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.